So Leute, wir schauen jetzt When Idiots Play Games an die Folge 232 haben wir sehr lange nicht mehr und deswegen machen wir das jetzt I looked away for a second Okay, gucken wir mal und wir gehen rein Entschuldigung Das ist Krackhaus Code in the front door is never advised Watch your luck I'll die I died Yeah, there's a guy literally sitting there What the fuck I'm in full of stocking Oh Alter Oh Gott Ich erschrecke mich gerade die ganze Zeit Oh, wenn ich mich bei jedem zweiten erschrecke Wie war das nochmal mit runterkommen für Sonntag am Arsch, Alter Genau Warum? Und so, meine Freunde, funktioniert Karma. Man is down, repeat, man down. We just neutralized objective alpha. Hat er ihn gerade tot gehabt? Was? Zest Cuts mache ich. Prösterchen. You like the danger, huh? Oh shit, run. Was ist das für ein Game? New World? What? Crazy? Nope, nope, nope. Go, yep, you're out of here. Nice try. Good work, Sky. Was ist das? Alter, ist das ein... Oh mein Gott, das erinnert mich an diese krasse Szene. Da hab ich das... Ah ne, obwohl Spoiler ist es nicht mehr, diese Serie ist fucking alt. Was? Vielleicht weiß jemand, so ne Szene, das ist ne Serie auf Netflix. Tag? Das ist ne Serie auf Netflix. Ja. Fängt mit B an und hat mit Aching Dead auf. Bad meine ich, nicht Dead. Haha, Breaking Dead. Haha, Breaking Dead. Breaking Bad. B, Aching Dead. Das ist der Breaking Dead. Oh mein Gott, das ist einfach der Breaking Dead. So. Das ist wie so ne Kochshow. Das ist so ne Kochshow von so ne alleinezunem Vater einfach. Und er nennt sich der Baking Dead. So. Macht sein eigenes... Der macht sein... Leute, der macht sein eigenes Backbuch und sowas. Und abends wird er dann zu Baking Dead. Genau. Das ist Baking Dead. Jeder mag Baking Dead. Baking Dead ist ein richtig guter. Jeder mag ihn, aber er hat ein dunkles Geheimnis. Er hat ein dunkles Geheimnis. So. Das ist Baking Dead. Ich glaube ich schreib Netflix mal an. Die kaufen das bestimmt... Die kaufen mir das bestimmt ab. Hahaha. haha. you suck. hahahoh Foot 2 hahahoh Foot 1 YOU SUCK hahahoh ход Oh my god. Oh. mygn. Ich hab das Wράter Först受ift Österreich noch wurde Jüüüüü sehr! Süß. Okay. Oh mein Gott, das macht mich voll aggress... Parcours! Parcours! Das wisst du. Jedes Mal, jedes Mal, wenn ich über irgendwas springe, immer, jedes Mal ist dieses Meme in meinem Kopf. Parcours. So oft ist einfach Knüller, wirklich. I love it. I'm going to die, Marc. I'm kidding. Dude, look, look, I'm sorry, I have to have this service for you. So this is an honor. He's so special. I immediately regret this decision. Ist der da gerade so lang gegangen? Was ist das denn gewesen? Oh, let's go. Oh, let's go. High five. Richtiger 31er. Oh my God. Oh my God. What the heck? Oh fuck. Er hat ihn das voll gegen den Kopf geröbert. Oh my God, wie gut. Das Spiel sieht so witzig aus. Wo kommt denn der Hai auf einmal her? Wo kommt denn der Hai auf einmal her? Was denn da passiert? Oh my God. Oh. Oh. Okay. Oh. Oh. was ist passiert was ist da passiert Sauerstoffmangel gerade schon wieder. Das war so nicht geplant. Er hat einfach gegen den Pfeiler geschossen. Loll. 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 Das war's. Loll. Loll. Ah, sind wir nach oben gemusst. Okay. Yeah, don't even warn them. Just do it. Here they come. Is that the stash is by? Yeah, yeah, yeah. I see it. That's not you running, is it? No, I'm standing. What are they doing? Oh my god. What? Ey, das lief so gut und dann... Das war ja... Das war ja irgendwie erst nicht so gut. Hä? Wieso kann der denn so durchlaufen? Ja? Nee, die... Lol. Und dann so... Ah. Die spielen das so richtig RPG-mäßig, ne? Interessant. 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 Also manche Eclipsen voll lang gegangen, weil es nicht so eine starke Folge muss ich sagen. Die kurzen waren geil, aber diese langen dazwischen haben es so ein bisschen runtergezogen, finde ich. Zu lang darf es irgendwie nicht sein bei sowas, ne? Zu lang darf es irgendwie nicht sein.